Ich vermute mal, dass er sich dann besinnen wird und sagt, oh mein Gott, was habe ich getan? Und dann wird irgendwas passieren, dann wird euer Wächter wiederkommen, der ewige Wärter, und dann ist es von ihm aufs Maul. Aber was ist der ewige Wärter dann, wenn er kein Roboter ist? Das nehmen wir mal mit hier. Ihr seid so gemein, Alter, um solche dicken Wummen hier uns vor die Füße zu werfen, ey. So, noch mal was. So, das machen wir mal hier. Fass dich doch mal hier. Futsch, Alter. Ich habe keinen Bock mehr, mit euch zu spielen. Ich schieße ihn überall, nicht nur in den Rücken, Digger. Da ist er. Weg. So. Sicher. Natürlich ist er sicher. Ja, Siggi, Siggi. Geht's ab, Digger. Kommst du denn jetzt, wo willst du hin? Wer sind wir? Ich brauche Hilfe. Ein Hauptmann nimmt mich auseinander. Er kann nicht schief. Geht wieder. Geht wieder. Du weißt, wie das sein gehört. Ich weiß nicht, wie das sein gehört. Der Schuss ist down. Oh, das ist geschützt auch down. So. Oh, Sarkasmus. Die wollte ich doch gar nicht mitnehmen. Ich weiß nicht, welche Waffe wir jetzt vielleicht gebrauchen könnten. Ich nehme einfach mal beides mit. Hörst du, da ist Kaulana. Du bist du Pferde. Aber ich will es Ihnen nicht sehen. Wer sagt, du ermüdest mich? Lass da. Kaulana, sprich mit mir. Sobald du bei mir bist, bis dahin habe ich etwas zu erledigen. Alter, fick dich, was zum... Hölle, Alter. Und ich. sie sind mit Orrana's rechtem zu erledigen. Sie sind mit sich zurückgekehrt. Sobald sie erledigen. Sie versuchen, ihre Leute zurückzuhenden. Und ich will den anderen helfen, ihre Macht zu erhalten. Oder wir werden ihr euch erledigen, ich will sie werden. Fortana kennt ja, das ist es scheinbar. okay gehen wir einfach mal davon aus sie würde jetzt alles in der kontrolle bringen sie hatte die ganze menschheit unter kontrolle was hat sie danach vor was will sie mit der ganzen macht anstellen und wie wird sie den frieden erzwingen es einfach nur sagen ey leute wenn ihr jetzt weiterhin scheiße baut macht was ihr wollt aber auch keine scheiße mehr sonst gibt's auch's maul oder setzt sie gleich ein zeichnen von ihrer macht und zerstört alles das hat die frage nicht nur stelle reicht und wenn man sagt hier ich hab die macht jetzt einzusetzen liebt euch jetzt oder lasst euch zumindest gut in ruhe dann sage ich okay ist cool kann man mal machen aber sonst was was ja das was was hier ja nicht zuständig ich bin immer noch nicht an ein bisschen nicht bringt uns unbeschadet jetzt geht behindert die entdeckung von installationen durch die menschheit war der höhepunkt des plans die ankunft der streetlanks das waren wir beide john du dich gemeinsam und alles in effekt wo bin ich der aufstieg hier auf genesis war schon immer der plan steht noch einmal an meiner seite wir alle oh scheiße geil ach komm ach komm ach ne schotty du bleib mal stehen au warum ich verstehe jetzt von hat und es tut mir leid dass ich es nicht schon früher gesehen habe was 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 stimmt denn jetzt mit dem nicht obwohl du von den menschen erschaffen würdest darf nicht dass du die von den fessen der emotion befreit wirst ach so ja ist jetzt gut ich bin hier in deckung ne tot schnauze jetzt schnauze jetzt du warst gar nicht dabei was wir alles gemacht haben die ganzen dach und irgendwas reden so da haben wir jetzt noch dick unsere meinung gesagt schnauze jetzt schnauze jetzt nicht die blut schnauze jetzt schnauze jetzt ich bin schnauze jetzt naja wenn du meins die flattern immer auch existiert aber auch egal so und du hör mal auf die zu teleportieren ja geht doch ja ich bin ja 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 toll komm ich an irgendwo hoch hier oder was ne komm ich nicht sie war wir da lassen dummerweise machen wir mal hier irgendwas jawoll das sieht doch schon mal ein bisschen hübscher aus naja Jetzt tue ich die Waffe nicht mehr. Das war's. Frohe Weihnachten! Ich bekämpfe doch gar nicht Cortana! Dumme Sau! Ach, war das dumm! Geh mir mal zur Hand! Danke! Danke! Fick mich jetzt, Alter! Doch doch, du kannst auferstehen! Kein Problem, Spartan! Kein Problem, Spartan! Du kennst doch meinen fucking Namen! War auch egal! Nein! Darüber! Puh! Das war jetzt irgendwie nur so halbgeil. Das war ein Sniper, hab ich noch das sehen, hab ich das doch. Ja, also ihr könnt auch ruhig was machen, hab ich gar kein Problem mit. Also, von nebenbei mal. Konzentriert euch auf den Sprech! Was hast du jetzt vor, hä? Was hattest du, Rambo, jetzt vor? Ganz mein Reden! Nix! Nix hattest du vor! Was war's denn für eine wunderschöne Pirouette? Okay, Leute, ihr dürft euch schon auf die anderen Gegner auch konzentrieren, wenn sie direkt hinter euch stehen! Und euch die ganze Zeit in die Fresse ballern! Ich hab noch ein dickes Sniper, aber der Sniper bringt mir jetzt leider nicht viel, also da hab ich öfter Schottes und sowas bei mir, als ein Sniper. Zu nahe, die Bedrohung kommt zu nahe! Vorsicht, Team Blau! Ich bin hier, um dich zu beschützen, Reden! Halt los, Werther! Halt los! Werther! Du beharrst darauf, dass ich die Galaxie anführen will! Du stattest mir aber nicht zu wählen, wem ich vertraue! In Dumme hältst du mich! Aber hier bist du! Vielfältig für Dunn erhältlich die Galaxie aus der Domäne! Fick dich! Als ob du Lappen! Die Anstattung geht dem NICHT undäft Job um Leider! Ach, Scheiße, Alter! Ja, nee, ist klar! Wie soll ich denn mit so ein bisschen hier… Wie soll ich denn mit so ein bisschen hier… Drei Wächter, äh, ehwige Wärter, Faddy, Mann! Erklär mir das mal, bitte! Super, zack, ein Schuss tot, ey. Komm, Kelly, aufstehen, Kelly, brabe, Kelly. Okay, ich hab einen down, oder auch nicht, oder auch nicht, oder auch nicht, ach, komm.